Wir sind hier oben oberhalb von Oberwesel. Hier unten fließt der Rhein. Das ist eine absolut traumhaft schöne Landschaft. Der Ausblick von hier oben, der zieht alle Leute, die hierher kommen, gleich in seinen Bann. Die Weinberge kann man runterschauen ins Tal auf Oberwesel statt der Türme und des Weines. Man sieht die Liebrauenkirche von hier. Auf der anderen Seite verläuft der Rheinsteig. Ganz oft kann ich Wanderer drüben erkennen. Lokale Produkte gibt es hier zu kaufen. Leckere Ziegenkäse aus der Region, selbstgebackenes Brot. Der Kirschstreuselkuchen ist hier einmalig. Das allerbeste ist halt hier einfach diese Aussicht herunter ins Tal. Der Rhein-Burgen-Weg verläuft ja hier ganz in der Nähe und wenn man die Etappe von St. Goa hier nach Oberwesel kommt, eine der schönsten Etappen übrigens vom Rhein-Burgen-Weg, dann kommt man hier am Günter-Rode-Haus vorbei, dem absoluten Lieblingsplatz von mir in Rheinland-Pfalz. Dimmts